Du hast doch gewonnen, also du darfst wählen. Ich tendiere zu... 3, 2, 1... Du hast es gewählt, ich bin nicht schuld da. Ey, wer so ein Freund hat auch kein Feind, ehrlich, das ist gut. Er hat gewonnen. Antwort 1. Plus. Oder Minus. Oder Minus. Oh Gott, wie man anschließt. Frage. Welche Pole sollen bei der Staatshilfe aus Sicherheitsgründen zuerst angeschlossen werden? Plus oder Minus? 60 Sekunden laufen zum letzten Mal ab jetzt. Ich würde sagen... Ich würde sagen... Ich würde sagen, Minus hat es nicht... Ich würde sagen, ich würde sagen... Ich würde schon wieder mit einer Argumentation gehen. Hm, darf ich machen? Oh Gott. 50. Ja, ja, da gibt es... 45. Wir fühlen, wir fühlen uns, fühlen wir uns. 40. Gut. 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 Ja, die haben auch alle reingerufen, weil wir in der Folge haben weiß, ey. Haben sie? Scheiße. 30. Ich dachte, der Minus war aufs Pluszentrum schon hoch. Aber... Was habe ich gemacht, als die Batterien nicht aufgeladen haben? 20. 20. 20. 20. 20. 20. 15. 20. 20. 20. 20. Das Einzige, was, glaube ich, das Auto, was zu starten ist, muss zuerst angeschlossen werden. Das kriegt man alle gewischt. Aber so bis zur siebten Frage war das beste Team, was... Wir werden auch ausgestiegen. So eine Frage, damit nehme ich. Ich bin noch nicht über den Cäsarex. Der stand auch auf dem Feld, ne? Das hat mir egal, Mann. Vielleicht habt ihr gleich gar nichts. Warte, wir wussten es, ne? Du hast selber den Hinweis gegeben. Ich habe noch niemals... Richtig! 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 Jetzt alle! 112.500 für jede. Also, für was denn die 225-Zilferhahn? Also, ich spende meinen Anteil zur Hälfte zu einer Organisation in Hamburg mit dem Namen Dunkelziffer. Die setzen sich für missbrauchte Kinder ein, bieten den Therapien an. Und die andere Hälfte für Innocence and Danger und die arbeiten hauptsächlich für Prävention gegen Internetkriminalität, wenn es um Kindesmissbrauch, sexuellen Missbrauch geht. Ich splitte mein Geld auch, ey. Ich habe einen ganz tollen Film gesehen, der heißt Freischlag und da gibt es so Leute, die holen so straffällige Jungs von der Straße weg und bringen denen das Boxen bei und bringen denen bei, dass sie das irgendwie durchziehen und schaffen das auch wirklich, die dann in den ersten Arbeitsmarkt zu bekommen. Und das heißt Work and Box Company und dem würde ich gerne einen großen Teil davon geben. Und IVTS, das ist eine Interessensgemeinschaft für Tourette, den würde ich auch gerne was abgeben. Okay. Ich habe euch mal großartig gespielt. 215.000 Euro. Ihr könnt hier stehen da ein für den guten Slot. Hier kommen nochmal die Prominenten von heute Abend. Nachherstatt, Tati Witt, Olli Dietrich, Iger Throning, Oberlo Karten, Barbara Becker. Meine Damen und Herren, wir gehen in der Familie ab dem nächsten Mittwoch. Jetzt noch ein schönen Dank, dass ihr hier seid. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.